Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön hast du wieder eingeschaltet. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich diesen Kanal löschen werde, werde ich jetzt aber nicht machen. Und zwar habe ich letzte Woche einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Das hat viele Aufrufe gegeben. Ich habe neue Abonnenten dazu gewonnen und darum wird der Kanal weiterlaufen. An alle neuen Abonnenten, die hier sind, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Abonnieren. Weiterhin freue ich mich natürlich über jedes Abonnent, das ihr mich damit unterstützen könnt und natürlich über jedes Like. Heute möchte ich dir etwas zeigen, das fast kein Geld kostet. Und zwar geht es um die Dekoration hier hinten. Das ist ein Ast, den ich im Wald gefunden habe, auf dem Spaziergang. Und das Gras ringsherum, hier. Das habe ich auch gesammelt. Also das hat mich gar kein Geld gekostet. Die Wulle habe ich immer aus dem Brockenhaus geholt. Und dann ein bisschen Acrylfarbe und Spiegel sind im Übrigen Untersetzer für Tassen oder Gläser. Das habe ich im Dekorationsbedarf gefunden. Und die sind dort auch immer wesentlich günstiger, als wenn du jetzt speziell in der Bastelabteilung einen Spiegel kaufen gehst. Dann würde ich sagen, das ist es von meiner Seite her gewesen. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuschauen. Es soll wie immer Inspiration für dich sein. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir das bitte in die Kommentare und ich werde diese sehr gerne beantworten. Also, dann würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zunehmende. Musik Massет pertaining Woll K просche Ego Ego Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020